Willkommen zurück zu Minecraft. Ich hab nicht mehr Gabbelsdruck. So. Wir haben einiges weitergebaut. Wir werden nicht alles aufnehmen, was wir bauen. Da unser Dach, Netherportal, unser Schlafzimmer, aber es ist noch zu dunkel. Ja, und unser Schlafzimmer und die großartige Luma-Brücke. Ja, und wir haben auch das geregelt, weil das Oberbett bekommen. Ich bekomm's. Wir gehen jetzt gleich in die Höhle, die ich gefunden habe, und die Tritsche gefunden hat. Hm, toll. Was hast du da in unserem Bett gemacht? Bei unserem Schlafzimmer, das mit dem Wasser? Ja, das ist der Eingang in die Höhle. Ich hab den Bund gemacht und bin ich fast runtergefallen. Oh, jetzt seh ich's. Ja, da mach mir einen Treptor hin. Ich mach's sicherlich schnell. Ich mach's gach. 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 Du musst mich vor allem in Zombies beschützen, weil mein Minecraft lag wieder. Es lag. Es lag. Es lag. Es lag. Es lag. Ja. 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 Ich mach' schnell ne Treptor. Verstehse? Ja. 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 Hier hab' ich mein Holz. Ich hab' eins, zwei, vier, fünf, sechs, sechs, unverarbeitetes Holz, nicht gecheatet. Ja. Geater. Ja. Ja. Scheißen. Es war Eisend? Was holte ich? Ein Schwert. Tadaaa. Oh. Epic Fail. Ich muss noch mal Wasser hineinsetzen. Und noch mal. Scheiße. Was mache ich? Ah. Das ist ja gut. Boah, mega leck. Boah, mega leck. Boah, mega leck. Ich leg dich auch leck. Boah, jetzt warte ich fast ruhig gefallen. Ja, da kommt das Becker. Ich stammte jetzt drunter. Ja, ganz mega leck. Ich hab's überlebt. Das sind zwei Trip Tours. Ja, die sind mir runtergefallen. Ja, warte, ich geb sie dir. Und ich hau schnell Wasser. Achtung, ich darf nicht den Lavapacket nehmen. Du hast das Trip Tours liegen lassen. Ja, nein. Ich hab mir gerade zwei gemacht. Scheiße. Was machst du? Ich bin das wieder weg. Zu hoch. Was? Spinnst du weg? Du treffst da nicht. Ja, da passiert jetzt Wasser wieder weg. Ja, ich hab ja gesagt zu hoch. Ah, das mal. Deswegen ist es mir zuerst auch passiert zweimal. Ne, ja, wir haben gerade noch eine Diskussion. Nein, so musst du. Oh, hab ich eh gewusst. Tadaaa. Ich bin amputiert der Pavian. Boah, ja. Hängt dich auf. Was? Ich hab nichts gekannt. Du kannst mir nichts anhängen. Ich bin ungewöhnlich. Oh, hier sind noch mal zwei Trip Tours. Ja, ja. Lass mich rein. Ja, erkundig mir jetzt die Höhle oder nicht. Ja, ehrlich mal. Boah, bei mir liegt es gerade wieder so brutal. Willst du mich irgendwie diskriminieren? Da brauchst du lange. Ich meine, wenn es mit Luki privat mal einen Tag aushält oder eine Woche. Dann bist du toll. Ich hab mal eine Woche bei Luki geschlafen. Ja, das soll ich gerne weiter. Wenn es nie fährt. Gut. Was schon, wenn es nie fährt, ja. Oh, jetzt ist es nachts. Ja, ja. Ja. Ja, komplett. Alter, das war geil. Boah, jetzt hat es gerade voll eine mega Leck. Wie denn der Strom ausgegangen ist. Und wir haben in den dunklen Keller gehen müssen. Äh, gehen runter von mir. Ja, jetzt blieb sich Ritschi weg. Jetzt ist er wieder da. Ich kann das, ich bin Ritschi. Hör auf. Jetzt geh runter. Au. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ja, geh mal runter. Nein, nicht da. Was ich gefunden habe. Was ist mit der da unten? Ja, können wir später auch machen. Ja, später. Die ist gleich bei unserem Haus. Es wäre ein bisschen sinnvoller. Es lebt gerade so brutal. Ich glaube, ich muss ein anderes Picture-Pack nehmen. Ich habe kein Fleisch mehr fast. Ja. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt dann zu den Kühen gehen. Äh, wo bist du jetzt denn? Lungen-Pack? Yeah. Ja. Warte schnell. So. Geht schon wieder. Ritschi hat sich schnell die Hose ausgezogen. Ja, ich habe schnell das Picture-Pack ausgenommen. Also machen wir nur ganz kurz, weil bei mir spackt genau alles rum. Tants Vormars oder was? Tja, Tants Vormars! Ich spil zu Tants Vormars. Man hört dich nicht mehr Ritschi, nur solche kleinen Spacks, ja, jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Ob du mich hörst, schreib mich nicht. Voll so transklau so. Komm, geh mir. Okay. Boah, jetzt lenkt es nicht mit den Blick. Das lasse ich jetzt aufnehmen. Aufnehmen, lenkt es aber nicht. Ah, wir gehen in die Masche. Boah, voll aus der Masche. Kommst du? Ja, wo bist du jetzt? Ich bin gebombt. Was bist du gebombt? Ein Baum, kommst du jetzt? Nein, komm schon. Scheiße, ich hab die Orientierung verloren. Wieso bist du am Baum? Ja, weil das der richtige Weg ist. Bam. Bam, aua. Boah, ich hab mir das Genick gebrochen. Nein. Lass das Schwein in Ruhe. Ja, gib mir kein Fleisch. Du Schwein. Ich hab sechs Erfahrungen gefunden. Ich auch. Level. Ja, Level. Egal. Ja, wie weit denn weg? Ich mach's das schon. Mach das schon, komm jetzt. Ich will nicht mehr. Und hast du schon fünf Diamant gefunden? Hast du eh schon fünf Diamant gefunden? Bitte, du fünf Diamant. Ist ja gut. Ja, ja. Boah, boah. Ich hab dich verloren, ich hab dich verloren. Schau, da war ich schon. Schau, da war ich schon, das ist um sichern. Hinti ab. Da war ein Laberquelle. Quellekatalog. Warte kurz, ich muss, 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 ich muss mal weg. So, geh jetzt. Ja, lass, ich pack das mal einfach. Wui. Wow, 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 wow. Ist das geil. Und gleich daneben sind noch zwei oder drei. Ich mag es, wenn du besser... Besser. Wenn du alles besser hast. Oh, da in der andere ist, da geht es auch noch. Oh, cool. Oh, wie schuldig. Wie schuldig. Aua, ich bin runtergefasst. Wow. Oh, fuck. Diese Mini muss ich mir gleich mal markieren. Bist du da runtergehend? Schau mal. Bam. Bam. Ich heiße dich. Ich hab mir die Beine gebrochen. Mini 2 heißt sie bei mir. Wo bist du? Warte, du bist gerade bei mir vorbeigegangen, du Idiot. Ich bin bei deiner Kohle. Wenn ich Kohle sehe, kommt da so ein Song ins Ohr. Was für ein... Ich weiß, du wissen welchen ich meine. Eisen, 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 Eisen. Nein. Cele... Du bist ober mir irgendwo. Grab dich mal gerade raus, Gitter. Celebration, now come on. Nein, ich bau gerade Kohle und Eisen ab. Ja, ich auch. Wenn ich Kohle sehe, dann fällt mir dazu ein Lied ein. Wow. Da unten ist Klamer, da wäre ich fast runtergefahren. Weit unten, weit. Nein, ich hab nur WUUG geschrien, weil ich nicht da unten gekommen habe. Ich wette, da unten ist Diamant. Da werde ich dann runtergehen. Das ging ja weg, der Gabi. Celebration, now come on. Gefriesen. Wie viel Kohle ist denn hier noch? Gefriesen, ey. Irgendwann. Wenn ich dich... ...in die Gruppe schließe... Ich geh in die Gruppe hier. Ich geh in die Gruppe hier. Ich seh dich. Ja, so toll. Aber ich... Was wir noch sehen bei Ritchie, das sehen wir im nächsten Bad. Also, ciao. Was? Oh, ciao. Komm.